Ja, einen wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge Predator Hunting Grounds. Jo, äh, dann will ich mal hoffen, dass meine Maus heute nicht rumschwackt. Ähm, hatte sie nur in dieser einen Runde irgendwie gemacht, aber, ähm, wie ihr es in der letzten Folge gesehen habt, ähm, naja, wir gucken einfach mal. Ich hoffe euch da draußen geht's soweit gut und wende ich sie zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Ja, alles klar, Bärchen. Äh, dann wollen wir mal, oh, die habt ihr schon einen Matsch gefunden, die haben sie gefunden. Käufer und Verkäufer wollen sich an den folgenden Koordinaten treffen. Mit etwas Glück finden wir dort alle Artefakte. Na, auf geht's. Wir haben einen Schabtshooter dabei. Okay, das ist schon mal gut, der kann, äh, sein Ding durchziehen und ich hoffe einfach, er ist treffsicher. Äh, okay, der geht schon mal da hoch. Wir bleiben hier unten. Der Scharfschütze gehört ja auch da hoch. Ne, Alarm auch auslösen ist nicht. Okay, der Dude hier rennt rum mit so einer älter Schrägstrich, äh, Samurai-Maske rum. Okay, kann man machen. Na, die hab ich, glaub ich, auch irgendwo. Ähm, aber, oh oh. Vermutlich befinden sie sich noch in den roten Kisten vom Museum. This way! There! Verdammt! Over here! Over here! Ja, wo? Da? Irgendwo? Initiativ ballern. Da! Da! Habt ihr wen verloren? Reicht euch zusammen, Wutung! Wo bist du? Schütte! Mist. Okay, jetzt haben wir tendenziell ein kleines Problem. Werde ich denn noch irgendwo? Wir kriegen hier ein Problem. Fuck, das wird so nix. Okay. Kann ich vergessen. Ja, macht dann Alarm. Jetzt hab ich ein Problem. Ist nicht schön. Ist auf eurer Karte markiert. Nächste Trifft, walt ein! Jetzt. Ach, ist kein Mensch. Ja, ja, ist kein Mensch. Hör doch rauf! Geh weg! Ja, oh Gott. Oh Gott. Das packe ich niemals. Ach, wo ist das blöde Ding jetzt? Komm schon. Komm schon. Muss mir den Teufel zugehen. Komm, mach hin. Okay, er musste sich wenigstens heilen. Okay, gut, 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 gut. Vielleicht hat es mir geholfen, dass... Kumpels? Okay. Oh, einer ist rausgegangen. Was ist das für eine Kacke? Oh, ich hasse das. Warum? Okay. Oh. Mist. Nimm den Bot, den kannst du übernehmen. Wo ist der? Oh, Mann. Der tut was, was er macht. Erledigt die Mission. Kommt, Jungs. Der spielt mit uns. Der ist gut. Oh, der ist schlecht und wir sind noch beschissener, aber... will ich jetzt mal nicht so glauben. Und zusammenbleiben. Und dann gehen wir zusammen weiter. Das wird HQ gefallen. Ich habe mir ein Souvenir verdient. wo du eigentliche Soldaten unterwegs bist. Ja, ja, klar. Was auch sonst. Mist. Geht schon scheiße los. Oh, ist die irgendwo? Der Typ war wohl der Händler. Dem Notizheft zufolge wurden die anderen Relikte wohl an den folgenden Koordinaten für den Versand vorbereitet. Wir müssen zusammenbleiben. Wir müssen zusammenbleiben. Sehr schnell. Der ist unten hier. Na, komm. Oh, Mann. Ich habe mir schon mit Hilfe irgendjemand. Komm, ich komme schon zu dir gerobbt. Ach, scheiße. Der war einfach zu gut. Oh, Manni, du. Nee, das war nix. Das war nix. Das war nix. Na, Gott. Mann, war das ein krasser Bastard. Ja, okay, Freunde. Das ist jetzt nicht so toll gelaufen. Aber, naja. Wer das Spiel kennt, der weiß, das läuft öfter so. Weil die ziemlich overpowered sind, die Predator mittlerweile. Irgendwie kamen die mir früher einfacher vor. Na gut, Freunde. Dann sehen wir uns gleich einfach in der nächsten Runde. Ja, Freunde. Und da sind wir in der nächsten Runde. Und dann schauen wir mal, ob wir hier ein klein wenig mehr Glück haben als vorher. Ah, wir haben einen Arnold Schwarzenegger dabei. Oh, der hat eine Future Gun. Achso, nee, das ist ja... Nee, das war der alte Skin. Also der junge Arnie. Mit einer gepushten Waffe. Okay, alles klar. Oh, kann man machen. Ich hoffe, das klappt. Ja, klappt das. Das wird bestimmt klappen. Voodoo, ich markiere den ersten Ort auf eurer Karte. Ja. Alles klar, Kinder. Dann wollen wir mal schön fleißig Wandertag machen. Verbindet euch. Ja, bringt uns jetzt nur noch nicht viel. Ja, wäre schlecht. Ich hatte schon Runden, da hast du angefangen und wurdest da... Direkt vom Predator niedergemäht. Weil er direkt schon am Startpunkt war. Naja, gibt es halt Komfort. Was? Nee. Okay, okay, cool, cool. Ah, da ist noch einer. Äh, ich würde vielleicht die schrotzen Muni nicht komplett verballern jetzt gleich. Wir verfahren recht auf den Null heute. Alter, Arnie. Ey, Barney. War das aber los, du? Hier ist ja alles scheißegal. Okay, klar, warum nicht? Dann matsch ich erst mal. Haltet die Stellung, während ich nachsehe, wo die Leiche jetzt ist. Hoffentlich ist sie noch her. Oh. Jetzt hat er seine andere Knifft rausgeholt. Ich versuche sie ja immer gerne ein kleines Stück leiser. Okay, wollen wir hier wirklich drin stehen bleiben, ja? Gute Neuigkeiten. Sie haben nur vorsichtshalber den aufbewahrten Spot geändert. Ich schicke euch jetzt den neuen Zielort. Äh. Wenn jemand diese andere Kniffte hat, dann kann ich jemanden nicht so richtig unterscheiden. Ob es jetzt der Predator ist oder nicht. Aber na gut. Die legen aber hier mal gut Tempo vor. Okay, finde ich gut. Ja, und der Arnie macht hier das Räumkommando, oder wie? Ich matsche lieber nochmal kurz nach. Ah. So. Ich lasse einen hier echt nichts übrig, ey. Alter. Okay, ich finde das ja nett. Oh. Oh. Da. Die Zeit drängt Feuerteam. Sammelt so viele Beweise wie möglich und macht ein Bild von der Leiche. Okay, okay. Okay, das haben wir schon glaube ich. Der hätte hier... Ich dachte, er würde Deckung geben. Es ist zwar verdammt schade drum, aber platziert einen Sprengsatz an der Leiche. Ja, das machen wir. Okay. Haltet die Position und stellt um jeden Preis sicher, dass die Ladung auch hoch geht, Voodoo. Zusammenbleiben, Feuerteam. So, das ist ein Schweinchen aus der Gefecht. Macht auch Sinn. Ich glaube, der Typ ist ein absoluter Profi irgendwie. Ich weiß nicht warum. Bei dem Kerl habe ich echt ein gutes Gefühl. Bums. Von Matschen hätte er auch nichts. Okay, cool. Irgendwie mag ich den, Dude. Könnte natürlich sein, dass der Predator pennt. Soll mir auch recht sein. Hier, damit euch die Puste nicht ausgeht. Werf eine Rauchgranate. Ne? Alles raus. Joa. Okay. Kann man machen. Ich bin gerade selber ein bisschen begeistert. Das klingt ja jetzt ruck-zuck. So, ab nach Hause. Alles okay. Das war, ähm, überraschend. Das geht ja jetzt gerade so flott, dass ich selber komplett so ein bisschen perplex bin. Ja, und der hat wahrscheinlich auf eine Lobby gewartet. Das schaut auch wieder aus wie so ein Berserker. Die sind jetzt zur Zeit dann dauernd unterwegs und die sind gleich noch mal härter als die, äh, regulären. Gut, Freunde. Das wäre jetzt sonst ein bisschen kurz, äh, würde ich sagen. Okay, sehen wir uns dann gleich. Oh, neue Kniffte. Sehen wir uns gleich in der dritten Runde wieder. Bis gleich. Ja, ein wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zur nächsten Runde. Ich hoffe, ähm, dass wir es jetzt ganz gut rocken werden. Habe jetzt auch, äh, mein erst freigeschaltetes M16 dabei. Ähm, hab damit schon mal eine Runde gespielt. Ähm, ja, da gibt es keine großartigen Veränderungen. Maximal dann mal einen Schalldämpfer, aber keine Aufsätze oder sonstiges, obwohl das M16 eigentlich auch Aufsätze unterstützt hat. Aber dafür haben wir einen Granatwerfer an den Dingen dran. Und das macht böser Aua. In der letzten Runde, in der ich gespielt hatte, um mal kurz auszuprobieren, wie sich das Gewehr so macht, ähm, habe ich dann, äh, ziemlich gut Schaden beim Predator gemacht. Also, hohe Feuergeschwindigkeit, etwas weniger Schaden, aber der Granatwerfer, wenn du mit einer Granate triffst, so zwischen, äh, 450 bis 550 Schaden am Predator. Und das, ähm, ja. Macht schon ein bisschen was her, ne? Okay, jetzt mache ich das, was eigentlich ganz dumm ist. Nicht so ein bisschen abspalten vom Team. Gehen wir zusammen weiter. Ja, das muss ich gerade sagen. Ich bin noch, ich bin noch gerade der gewesen, der vorrennt. Äh, äh. Autism Body. Was, was ist denn mit dir? Kommst du noch nach? Bleib zusammen! Was macht er? Ja, gut, dann. Er wird hoffentlich schon wissen, was er macht. Marco's on! Ah ja. Äh, nein, das machst du bitte nicht. Sie wissen, dass ihr hier seid. Hoffen wir mal, dass sie euch nicht finden. Und noch ein Sender. Und. Und da ist noch einer. So. Ja, ist ja schön, dass dir das egal ist. Mir ist das vielleicht nicht egal. Alles klar. Echt nicht safe zu. Echt nicht, Gott. Was? Hilfe trifft bald ein! Danke für die Munition. Kann man immer räumen. Oh, oh. Hast du den Präduzer gewunden? Das klang nach einer Klinge. Vielleicht braucht hier jemand ein bisschen Munition. Oh, oh, okay. Er ist auch wach. Ich kann keinen Grund für die Führungen finden. Er ist auch wach. Foto 1, seht euch mal das Lager an den folgenden Koordinaten an. Ich will wissen, was hier vor sich geht. Alter. Ist der ausgestiegen aus dem Gähen? Ja, auf Engraum bist du mit einer Granate auch ganz gut bedient. Jetzt, gerade dem Glotzchen nur, wie blöd auch seine Tasks da irgendwie. Entweder war der kurz kacken oder so. Ich weiß nicht. Foto 1, Waffenfreigabe. Schaltet alle aus. Oh Gott. Jetzt sind wir hier wieder. Das Schöne ist, irgendwann kennst du es so langsam. Komm, spar dir das Geschleiche. Ja, deswegen schalten wir es jetzt auch raus. Na komm. Hey, sag mal. Holzen, komm jetzt. Danke. Wenigstens mal einer, der mitdenkt. Ich hab den... Ich hab den Berserker hier... ...treibte... ...drei Granaten reingeballert. Ich hab den Berserker auf dem Passport. Beide sind unterwegs. Alter. Das läuft echt nicht so, wie es soll. Alter, das... Ach. Das hab ich ja gar nicht mitgekriegt, dass der Predator außer Gefecht war. Hoppala. Äh. Okay. Soll mir recht sein. Huch. Ja, ich bin mal gespannt. Also, drei Granaten hat der eigentlich direkt von mir abgekriegt jetzt. Jetzt bin ich mal auf den Gesamtschaden zum Schluss gespannt. Ich hoffe, der ist so hoch, wie ich glaube, dass das ist. Äh, ein bisschen EP war jetzt nicht so. Naja. Was? Kein Level Up? Naja, nur für die hier. Was? Willst du mich verarschen? Der hat doch die Granaten eigentlich direkt gefressen. Naja, gut. Wird schon irgendwie stimmen. Okay, vor allem. Dann sag ich einfach mal vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar. Das hilft mir sehr. Aber Hauptsache, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal. Euer Scotti. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.